Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich Willkommen zum heutigen Video. So ein halbes Reaction-Video, aber vor allem ein Video, das zum Denken anregen wird, hoffe ich zumindest. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf eure Kommentare, denn die Frage der Fragen, die im Raum steht, könnte es nicht sein, dass kurz vor der Zielgeraden XRP plötzlich einen Fork durchführt, beziehungsweise Ripple oder irgendeine Entität einen Fork durchführt, der uns XRP-Hotler quasi nur noch wertlose XRP zurücklässt und die machen damit XRP 2 oder wie auch immer sie das Ding dann nennen werden, ihr komplett eigenes Ding und der Retail, also wir Kleinanleger wurden nur ausgenutzt, um Ripple und das ganze Projekt voranzutreiben, bis sie dann endlich soweit sind und dann Adios Amigos. So zumindest gibt es einige Gerüchte im Netz, denen werden wir auf den Grund gehen. Wir werden uns mal anschauen, was 24 Hours Crypto dazu sagt, denn er hat mich mit einem seiner letzten Videos mal wieder auf diese Gedanken gebracht und ich weiß, dass diese Sorge mehreren Leuten von euch auf der Seele brennt, von daher werden wir der Frage heute auf den Grund gehen. Ich werde euch neben diesem Inhalt, den wir uns gleich anschauen, natürlich auch meine ganz eigene Meinung spiegeln und das heutige Video wird mit einer sehr wichtigen Frage, was XRP betrifft, an euch beendet, denn ich habe eine Frage, die ihr mir beantworten müsst. Also, das und vieles mehr wartet euch nach dem Intro. Ja, Freunde, dieser Tweet von Kendra Hill, die eigentlich immer sehr bullisch ist, oder dieser Account, der eigentlich immer sehr bullisch ist oder war, hatte damals verfolgendes geschrieben, XRP heute ist eine kurzfristige Investition. Der Plan war niemals, die Retail-Investoren, also die Kleinanleger, XRP oder Anteile von Ripple oder sonstigen kaufen zu können. XRP ist eigentlich nur Proof of Concept, also quasi so der Vorreiter, um später denn das wahrhaftige Schlachtschiff auf den Weg zu bringen. Das XRP-Network wird geforkt werden und daraus wird eine staatliche Kryptowährung, also eine CBDC, beziehungsweise ein CBDC-Network entstehen. Und die Kleinanleger werden dann leer ausgehen und werden niemals einen solchen SDR-Coin zu Gesicht bekommen. Dieser Tweet und vor allem dieser Mythos kursiert jetzt schon seit vielen Jahren im Internet und wir werden heute natürlich nicht die komplette Antwort darauf finden, aber mit unserem Wissensstand und mit unserer Realität einfach mal verbinden und gucken, ob das realistisch ist, was ist das Pro und was ist das Contra. Zunächst einmal, wenn jemand sich die Frage stellt, geht das technisch überhaupt? Leider ja, es ist sogar gar nicht mal so schwierig, denn wenn wir David Schwartz Tweet glauben dürfen, wenn eine Gruppe das XRP Ledger forken möchte, muss sie sich lediglich auf Systemregeln einigen und sich grob auf Validatoren einigen, die diese Regeln befolgen. Es ist viel einfacher, als eine Proof-of-Work-Kette zu forken, weil sie keine Miner brauchen und das Ganze nicht gefährdet wird, wenn man diese Miner nicht überzeugen kann. Das soll es wahrscheinlich so ungefähr heißen. Also Kurzversion, es ist sogar viel einfacher, als beispielsweise Bitcoin zu forken und von daher technisch gesehen ist es durchaus möglich. Es müsste eigentlich nur ein Konsortium an Validatoren sich zusammentun oder eben an Knotenpunkten sich zusammentun und gemeinsam überlegen, ja, das machen wir und dann wird es umgesetzt. Der Großteil wird dem zustimmen und schon wird das Ganze umgesetzt. Übrigens passiert die Frage, die ich am Ende an euch habe, genau auf dieser Thematik. Doch bevor ich dazu komme, gucken wir uns mal an, was hier abgeht in diesem Video. Sehr sehenswertes Video, auf jeden Fall von 24 Hours Crypto. Ich habe mir dazu einige Zeitstimpel notiert, da springen wir mal eben rein. Einmal habe ich mir notiert 1,32. Hier geht er auf Folgendes ein. Er sagt, die SEC habe wohl ein großes Problem mit der Tatsache, dass Chris Larsen und Brad Garlinghouse quasi in kürzester Zeit Multimillionäre oder gar Milliardäre wurden und durch XRP kam teilweise viel zu viel Reichtum auf einzelne Personen. Ich glaube, das hier soll kein richtiges Argument sein, sondern einfach eine Feststellung und das soll wohl einer der Gründe sein, warum Ripple ganz generell der SEC ein Dorn im Auge ist. Das zumindest, was er hier sagt. Der erste wichtige Punkt, den er hier aufführt, ist eigentlich der hier, und zwar als Stellar damals seinen Fork durchgeführt hat, denn Stellar Lumens XLM ist nichts anderes als die Kopie vom Ripple-Protokoll. Das Ripple-Konsensus-Protokoll wurde umgewandelt in das Stellar-Konsensus-Protokoll und im Endeffekt hat Jet McCaleb einfach das bestehende Protokoll kopiert, bisschen an seine eigenen Vorlieben angepasst und damit war es schon durch. Aber im Laufe des ganzen Umsetzens kam heraus, dass es doch sehr viele Probleme gab und dann fing Jet McCaleb sogar an zu sagen, ey, wisst ihr was, Ripple, ihr habt eigentlich ein blödes Protokoll, denn das funktioniert alles gar nicht so richtig und ich suche mir jetzt erstmal Leute, die den Code erstmal richtig sicher machen. Dazu hat er sich wohl David Massiris von der Stanford University herausgesucht. Ich habe euch den Artikel hier auch mal rausgesucht. Wir haben gesehen, dass die Knoten mindestens seit September dazu neigen, nicht mehr synchron zu sein. Das Netzwerk würde sich in drei oder vier Richtungen teilen und schließlich wieder zusammenkommen, aber es würde dies relativ schnell und ohne Verluste tun. Und wie ist auf Fehler hin und so weiter. David Schwartz sagte dazu nur, basierend auf den verfügbaren Informationen vermuten wir, dass ein großer Prozentsatz der Validatoren von Stellar fehlschlagen wird. Also wir sehen hier, dass die Umsetzung in erster Linie zwar einfach sein soll, aber dass es dann wirklich später klappt und alle Validatoren mitziehen, ohne dass es am Ende technische Probleme gibt, ist wohl sehr unwahrscheinlich. Und das ist also das erste Argument und zwar, was wenn die technische Umsetzung aus irgendeinem Grund scheitert, was ist, wenn irgendwie was schief geht, dann hat man das gesamte Projekt, das ganze Unterfangen gefährdet. Okay, dann schauen wir uns mal diesen Teil im Video an, denn das ist eigentlich nochmal eine Weiterführung von dem Tweet von David Schwartz, der ja sagt, eigentlich ist es relativ einfach, es müsste nur eine Gruppe sich zusammentun und dann könnten sie theoretisch forken. Hier geht er nochmal ins Detail. Hören wir mal rein. In this specific case of XRP, it is a token that runs on the XRP Ledger, a decentralized blockchain that is governed by a decentralized autonomous organization known as the XRP community. If the community wants to make any changes to the XRP Ledger, it must be agreed upon by the majority of the community. So a fork of XRP would require a significant number of participants in the network to agree on a change and support the new version of the network. Okay, hier wird argumentiert, dass eben XRP eine Besonderheit hat und zwar läuft der Token über den XRP Ledger, der wiederum ist eine dezentralisierte Blockchain und die wiederum ist eine DAO, das heißt, die wird total ohne Einfluss irgendeiner Einzelpartei geleitet und zwar wird sie eigentlich von der gesamten XRP Community geleitet. Wenn die Community also Veränderungen will, muss eben ein riesiger Teil dieser ganzen Teilnehmer damit einverstanden sein. Das zumindest, was hier steht. Und jetzt Frage 1 schon mal an euch Techniker da draußen. Ist das so wahr oder ist nicht viel wichtiger, was die Validatoren da zu melden haben? Da meinem Wissensstand nach sind die Validatoren die entscheidenden, die eben gewisse Sachen durchwinken oder eben nicht. Ob wir bei Twitter jetzt dagegen sind oder dafür, spielt glaube ich keine große Rolle. Meint er vielleicht mit der XRP Community die Validatoren oder wie kann man das Ganze hier verstehen? Denn ich glaube, auch wenn wir uns alle gemeinschaftlich die Hände reichen und sagen, wir wollen das nicht, dann können wir glaube ich trotzdem auf technischer Ebene nichts dagegen unternehmen, solange wir keine Knotenpunkte sind oder in irgendeiner Form mehr als nur ein Wallet im Netzwerk angebunden haben. Aber schreib mir gerne mal, ob du dazu ein bisschen mehr weißt. Und der letzte Punkt, den er aufführt, den finde ich übrigens am spannendsten von allen, ist der rechtliche Rahmen dahinter. Denn wir merken ja gerade, wie kompliziert diese ganze XRP-Geschichte jetzt gerade für Ripple ist. Vor Gericht, sie streiten sich seit zwei Jahren mit der SEC, wollen nun endlich ein Urteiler wirken und im Idealfall wollen sie, dass XRP als nicht Wertpapier eingestuft wird. Was hätte es also für einen Sinn, auf einmal den Token einfach umzuändern oder zu forken? Denn damit würde man alles wieder auf Null setzen und wieder Gefahr laufen, dass der neue Fork dann eben als Wertpapier deklariert wird. Und von daher macht es auch aus dieser Sicht heraus eigentlich keinen Sinn, so einen Fork durchzuführen. Das alles waren jetzt bis hierhin ein paar Argumente, aber ich bin ganz ehrlich zu euch so richtig hundertprozentig davon überzeugt, dass es da keine Restchance gibt, dass vielleicht doch so ein Fork durchgeführt wird. So richtig beruhigt bin ich jetzt noch nicht. Deshalb habe ich nochmal zwei Punkte und beginnen tun wir vielleicht mal mit der Frage, die ich heute an euch stelle, denn da müsst ihr dem guten alten Alex mal auf die Sprünge helfen. Und zwar, normalerweise ist es bei Blockchain so, dass wenn ein Fork durchgeführt werden soll, beziehungsweise eine sogenannte Hard Fork, also nicht nur ein gemeinschaftliches Update, wenn man so will, sondern wirklich eine Trennung der Ketten, weil zum Beispiel zwei verschiedene Lager sich entwickelt haben innerhalb von einer Gruppe, wie zum Beispiel bei Bitcoin und Bitcoin Cash. Ihr erinnert euch ja an die Hard Fork von Bitcoin zu Bitcoin Cash. Ich glaube 2018 war das Ganze. Und damals war es auch so, dass sich das Bitcoin Lager so ein bisschen verstritten hat, verschiedener Meinungen war, was so die Blockgröße betrifft. Und irgendwann hat man sich dazu entschlossen, das Projekt zu teilen. Also eigentlich so eine ähnliche Situation, wie sie uns verkauft wird zwischen Ripple und Jack McCaleb, denn auch da gab es ja intern irgendwelche Reibereien. McCaleb hatte andere Vorstellungen von dem Projekt als Ripple und so gab es dann eben einen Clash. Das hat er dann damals ebenfalls dazu geführt, dass sein Fork durchgeführt wurde und daraus dann eben XLM entstand. Jetzt kommt meine Frage auf. Meines Wissens nach ist es bei einer Hard Fork immer so, und das steht hier auch nochmal, da ein Hard Fork jeden Block ablehnt, der nur noch die alten Regeln verwendet, erstellt ein Hard Fork effektiv ein neues Netzwerk mit einer separaten Kryptowährung. Jede Wallet-Adresse mit einem Guthaben zum Zeitpunkt des Forks wird später in beiden Netzwerken über die gleiche Menge an Kryptowährung verfügen. Heißt, wenn ich also zum Zeitpunkt des Bitcoin Cash Forks Bitcoin hatte, habe ich die gleiche Anzahl Bitcoin Cash erhalten. So hat sich dann automatisch auch Bitcoin Cash verteilt. Das gleiche war zum Beispiel auch bei Ethereum und Ethereum Classic. Hier habe ich etwas gefunden bei Coinbase. Also hier ist die Frage, ich hatte ETH verwahrt bei Coinbase Pro während des Hard Forks und da kriege ich jetzt quasi diese Ethereum Classic. Und die Antwort von Coinbase ist ja. Du bekommst, wenn du damals die ETH zum Zeitpunkt des Forks bei uns hattest, auch die ETC gutgeschrieben. Das heißt, auch da hat jeder Ethereum-Hodler quasi neben seinen ETH auch noch Ethereum Classic erhalten. Das heißt, beim Fork haben die Hodler eigentlich zwei Coins. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Ich weiß, dass XRP zur Distributed Ledger-Familie gehört, weiß aber auch, zumindest wenn man Wikipedia glauben darf, dass es eben keine waschechte Blockchain im herkömmlichen Sinne ist, sondern eben ein Protokoll. Und jetzt kommt meine Frage des heutigen Tages an euch. Müssten nicht eigentlich damals, als Stellar quasi diese Fork durchgeführt hat und quasi XLM erschaffen hat, müsste da nicht eigentlich Ripple Labs, also die Firma, die 50 Milliarden XRP hat, vollautomatisch auch 50 Milliarden XLM bekommen haben? Ich bin ehrlich, ich habe über diese Frage vorher nie nachgedacht, aber rein theoretisch, wenn es also so abläuft wie bei Bitcoin oder bei Ethereum, also bei Proof-of-Work-Varianten, müsste es doch normalerweise bei den Protokollen ähnlich sein. Denn wenn aus irgendeinem Grund der bestehende XRP-Hodler sowieso den neuen Coin bekommt durch einen Fork, hätte ein Fork ja sowieso keinen Sinn. Denn wenn ein Fork durchgeführt wird, weil die Banken jetzt ihr eigenes Ding machen wollen, bekommen wir XRP-Hodler ja trotzdem den neuen Token. Und damit wäre natürlich niemandem geholfen. Wenn es natürlich bei so einem Protokoll-Fork keine Extra-Coins gibt für den alten Hodler, ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer und dann kann es natürlich durchaus passieren, dass im letzten Augenblick vielleicht auf technischer Basis da irgendwas in die Wege geleitet wird. Aber keine Sorge, jetzt kommt Alex mal mit seiner Analyse. Denn werfen wir doch mal einen Blick auf die Rich-List. Denn das Argument, was ich immer wieder höre, ist der Retail muss raus, der Retail muss raus, die Kleinanleger haben nichts zu suchen bei Ripple und XRP ist eigentlich nur für Banken und Finanzinstitute. Dann lasst uns doch kurz mal schauen, wie viel Prozent der störenden Retailer überhaupt da drin sind. Und wenn wir mal schauen, werdet ihr relativ schnell feststellen, wir überschlagen einfach nur mal. Also sagen wir mal hier 20 Milliarden, dann 5,5 Milliarden, 10 Milliarden. Das heißt, wir sind schon etwa auf 35 Milliarden, 37 Milliarden, 38 Milliarden, 40 Milliarden, 42 Milliarden. Wenn wir mal schauen, allein die 1000 Wallets, die hier angezeigt werden, haben ja schon 40 Milliarden XRP. Das heißt, wir reden hier über 7 Milliarden XRP, die eventuell beim kleinen Mann rumschwirren. Außerdem wissen wir ja nun nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich alles Retailer sind oder ob vielleicht einfach nur eine Institution eine etwas kleinere Balance hat. Vielleicht haben die auch ihre Konten aufgeteilt. Von daher sprechen wir unterm Strich vielleicht über 5 Milliarden XRP, die am freien Markt rumschwirren und die sie denn auf Biegen und Brechen haben wollen, dafür bereit sind, alles zu forken, sich im Internet den übelsten Shitstorm auszusetzen, einen riesigen Imageschaden zu erleiden als Ripple Labs. Steht das wirklich im Verhältnis? Das ist halt die Frage. Ich würde sagen, nein, denn Ripple hat jetzt viele, viele Jahre daran gearbeitet, den XRP Ledger auf Vordermann zu bringen, XRP massentauglich zu machen, sprich viele Partner zu finden, die XRP verwenden, das Ganze wirklich Trial and Error, alles Mögliche probiert, optimiert und damit verschiedenste Dinge verbessert und vor allem mit XRP auf dem XRP Ledger jetzt mittlerweile schon über 10 Jahre Erfahrung. Die können also mit breiter Brust behaupten, unser Netzwerk und unser hauseigener Token funktioniert seit 10 Jahren reibungslos. Wir wissen, dass Banken konservativ sind und für eine Umstellung Jahrzehnte brauchen, wie wir gerade merken. Glaubt ihr also wirklich, dass die Banken einfach sagen, ach Mensch, jetzt hatten wir zwar alles auf XRP eingestellt, aber hey, nennen wir es jetzt einfach mal XRP 2 und dann machen wir alles nochmal von vorn? Sehr unrealistisch, meiner Meinung nach. Natürlich wissen wir nicht, was hinter verschlossenen Toren passiert und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass noch die eine oder andere Überraschung kommt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Ripple seine Community so krass hintergeht und alle leer ausgehen lässt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da ist so eine Buyback-Theorie, dass der Staat euch eure XRP zu einem festgelegten Preis zurückkauft, deutlich realistischer, meiner Meinung nach. Und natürlich kann ich mich irren, aber das ist zumindest mal meine Annahme. Also zusammenfassen, technisch ist ein Fork möglich, allerdings stelle ich mir dann die Frage, müsste bei einem Fork dann nicht der neue Coin quasi auch dem alten Hordler irgendwie zukommen, in der gleichen Höhe, wie damals sein Kontostand war, zu Zeiten des Forks. Außerdem die Frage, macht es wirklich Sinn, sich wegen 5 Milliarden XRP mit der ganzen Community in die Haare zu bekommen, eventuell einen Imageschaden zu erleiden und im Internet den riesigsten Shitstorm aller Zeiten zu klassieren. Klar kann man jetzt behaupten, es sei ihnen egal. Ich persönlich glaube nicht, dass es ihnen egal ist. Und auch das Argument, dass ja durch einen XRP-Anstieg zu viele neue Millionäre geboren worden wären, kann ich auch ganz schnell mal durchstreichen. Denn wenn dem so wäre, dass nicht so viele neue Millionäre gleichzeitig geboren werden dürfen, hätten wir keinen Shiba Inu-Anstieg gesehen, keinen Dogecoin-Anstieg gesehen und natürlich keinen so monstermäßigen Anstieg bei Bitcoin, Ethereum und was nicht noch so alles Millionäre gemacht hat. Also auch das ist für mich kein Argument. Jetzt bin ich mehr gespannt, was ihr dazu sagt. Glaubt ihr, dass es realistisch ist oder nicht? Und müsste nicht eigentlich bei einem Protokoll-Fock, wenn man XRP einfach fuckt, dann eben die gleiche Menge des neuen Token auch dem XRP-Hodler zukommen? Das ist die Frage des Tages. Ich freue mich auf deine Antwort, wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!